Musik 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 Was? Was geschieht hier? Ich habe jetzt heiß zu sein. Ich warte mal. 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 Was geschieht hier? Ich warte mal. 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 Schiff, meine Liebe, die sie für dich und die Verlust der Reise des Gätschens Ehe, wenn du dich für dich hast, dass ich dich für dich das Verlust der Reise Schanno, 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 schanno Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieg leid. Proponiert du. Du gehst dich doch. Mirai, so fast. Du gehst dich doch. Musik Ich weiß, wenn wir klar sind. Das war's. Musik Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Spann dich mal! Ist das nicht toll? Gestern wurde ein UFO benichtet. Hallo Fabian, du glaubst du... Das ist doch was! Es ist ganz... Ganz... Wie du heute gesehen? War auch keine Witzel. Es war riesengroß! Ganz... Und gleich... Und... Und ein bisschen das... Schaut mal hier! Sieht das nicht aus wie ein UFO? Ich lege mich zu verleid, aber... Es ist eine Platte... Dr. Brown... Nein! So viel Dosen! Keine Witzel. Schau! Aber... Reden meine Sprung nochmal los an? Knobofus! Und die Erreichtung... Die heißen Witzel, der es ist... Sie wollen... Wetter mal raus. Ich dachte immer selbst... Ja! Die weißen Witzel... Die weißen Witzel... Die weißen Witzel... Die weißen Witzel... Ha! Das sagst du! Nur 50% der Autorität... Das sind... Und schau! Hm... Aber... Die restlichen... 95% sind... Wenn ich schon... Warum... Versteht... Wunder... Die Teile... Es geht... Wir legen... Wir machen... Hier... Die Verstörung... Ich... Sieht... Ich... Sieht... Sieht... Vielleicht... Es erscheint... Und... Sieht... Sieht... Anderen... In Verbindung... Du glaubst... Du bist... Das war auch... Mit dem Fuß... Oder? Gestern... Sieht... 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 Vielleicht... Sieht... Man... Sieht... Die Menschen... Können... Sieht... 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 Und... dann... Weißt... Wichtig... Dann... Wir machen... Sieht... Nein... Ich... Ich... Sieht... Ja... Ich... gramm... Wissenschaftlich... Aber... Was?! Das... kann ich nicht... Hupen... Unten... Ich... Ich denke... Sie... Werteidig... wir... ... Nicht jeder von der Inspektionen. Ein Überschreiter meinte, es ist bloß ein paar Flüge mehr. Was? 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 Ist das hier ein Kind? Was? 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 Du bist doch hier! Was? Was? Du, wer bist du? Du haben mich getestet. Mein Klassiker. Ich bin Zucchino Sacki. Und das ist mein Name. Wenn du zu Kino Sacki bist, lass du den Zillapist her. Rund 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 den Zillapist her. Siehst du nicht die Stolen? Gib mir, drauf weißt du. Oder bist du bereit, die Hände zu steigen? Schau auf die Pfund. Oh, oh, oh. Lass mich los. Ich habe mein Unteraustrick. Ich habe erneut. Eine Pistole ist nicht für kleine Kinder. Ich habe zu lachen. Was ist das denn für ein Kind? Ich weiß auch nicht, aber ich bin sehr gefährlich. Der Faller vielleicht ist nicht frei. Ich habe mich gar nicht drüber. 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 Ich habe viele lieber als mich. Moment. Jetzt war es mal! Da auch direkt sind es mich und mein Auge. Was ist das? Ich? Ich bin der große, der einzigartige Bär! Halt die Luft an! Aber du kann ich nicht sehen? Das will ich auch keine Ahnung hören! Ich bin unter dem Jahr bei den Kumpel-Zepassler. Wer hat mit dem Spiel im Tudor oder wie das hier ist die Nacht? Was ist das Spiel? Ich bringe euch etwas vor, die ich mir sagen möchte, welcher Song war mir. Der Schnellste, die meine Kumpel-Zepassler und meinen echten Kumpel-Zepassler. Zeig mir noch ein, der hier mitmacht. Okay, Achtung! A, A, ich kann! A, ich kann! Genau! All right, look at me! Ich schaue noch das Kumpel-Zepassler! Dann noch mal! Ich schaue noch das Kumpel-Zepassler! Ich schaue noch nicht! Aber du bist das Kumpel-Zepassler und meinen echten Kumpel-Zepassler! Das ist auch nicht so schön, aber ich schaue noch nicht! A, ich kann das. Okay, let's versuchen! Sieh, in einer Tatsache nur noch fast wie viel als versteckt, ein kleines Häschen. Ich dachte, dieser schwarzwillige Beide ist doch so gut, die Arbeit nicht mehr. Das letzte Spiel für den Fiesnitz ist doch wieder hier. Gut, es darf nicht so machen, das ist ja super toll. Was seid ihr denn für so nix? Cool! Keiner, bitte! Die Nachsumme, Petsite! Die Nachsumme, Petsite! Die Nachsumme, Petsite! Bei der Name, Hubert, Herrite! Die Nachsumme, Petsite! Wir sind die Schwester, der wir hier sagen wollen! Charm! Shuttle-Charm! Wir sind hier in Oli-Gitär, die Dünner-Worten jetzt sehr, dass das Teil wollen! Genau! Hör auf die süße Schwester, Häschen, und komm, feiglich wird! Damit tun wir dir ein ganz klein bisschen weh! Wenn du was von mir willst, musst du erst an mir vorbei! Ich bin mit dem Knopf an die Kille sowieso nicht mehr! Die Chor! Mach es doch! Wieso? Wie ist die Schöne? Ich bin mit demweilen Schöne! Ich bin mit dem wir im Wehle! Das ist der Wehle! Ich bin mit dem wir in Riesen-Wehle! Das ist unserem Wehle! Und wir haben uns ein sehr, sehr gut! Die Schöne, die wir in den Wehle! You must very hard! Attack! Klasse! Und jetzt mit Ruhigebutsch! Was? Danke schön! Sollen wir es am Abend? Ja, du hast es mal verstanden gesagt. Jetzt piept mich über dich an! Ich hab meine Frühe-Russung auf jetzt aber ausgegeben, das muss doch böse sein, aber die mach ich auch so fertig. Nun nennst du Klaue sein Musik. Klaue, so wie lange dein Buch schlägt. Oh nein, 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 nein. Jetzt noch mal den Traum! Schnauze, bist nicht rein! 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 Virus! Oh, du bist so schön! Oh, und wer ist denn los? Okay! Schnauze! 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 Wir kommen ein anderes Mal wieder. Unterhalb. Schnauze! 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 Was waren das für Leute? Das einzigermaßen verstanden war, Familie des schwarzen Mundes. Aber was soll da sein, Familie des schwarzen Mundes? Oh, das war die ziemlich große. Weißt du etwas darüber, Kleines? Bist du die Idee der Erzählung? Ja! Genau die Idee! Bitte, ich brauch dein Leben vom 13. Jahrhundert! Heißt du das Jahrhundert? Was? Mein Name ist Isaki, ähm, mein Name ist Isaki, mein Name ist Isaki, so die Ladies and Ladies, und ich bin 20% von Silberbindern, das heiße der Erdogan. Moment! Na, was ist das? Dann... Mama Johnson, deine Zungefliege-Tochter! Mach keine Witze! Man kann reißen, das ist sehr unbeerfältig. Entschuldigung! Was ist denn, was passiert? Ich bin nicht zu dir! An dem Tag erteilt wir ein weißes Haus in der Cybertin, und habe mit dem Hunde gespielt. Uh! Sie ist wächelndendig, trotzdem brauchen Zeit, zehner Blutten. Dann kommt plötzlich gleich mit dem Hunde und, nein, ich weiß es nicht, das ist meine Schürt! Hab keine Angst, Leider, es ist alles in Ordnung. Sie sind so schrecklich, dass sie das sein hat. Na, was ist mir? 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 Wir können was mit dem Tag eingestellt, wir dürfen hier nichts! Alter, sie haben voll kürzelt. Hä? Das war, glaube ich, in der schwarzen Blut. Sie hatten einen schwarzen Blut auf der Stimme, anders als wir. Das war in der schwarzen Blut? Das war doch die für mich dann! Wohin eben? Ein großer Blut ist aus schwarzem Schwein! Der schwarze Blut ist krank! Tietchan! Applaus Botor was Botor Botor So soll es sein. Wir werden die Geschichte des Paräten neu schreien und eine neue Erweinung. Begeben wir hier mit der Operation Biprey, der Herrschaft der Bühne ist schwarzen uns. Heil! Ich gab euch den Befehlenden den Silberkristall und die Legenden der Krieger ins Heerland zu bringen. Wieso habt ihr versagt? Deine Sammer, dank der Macht des Schwarzkristalls können wir alles sagen, was wir wollen. Wozu macht ihr den Silberkristall? Warum geben wir unsere Risiken ein, wenn wir uns nur grundsätzlich in Land halten würden? Saphir! Ich habe deine Fähigkeiten immer nur schwarz auf das Zeichen. Aber deine weißen Ratschläge, wir essen besser für dich. Hörst du, Saphir? Du solltest uns damals bezogen die nächste Frage stellen. Wir haben alle uns mit Frau gesprochen. Deine Sammer, für eure Eurepöse. Und in jedem Stadiner werde alle euch befehlen und freut mir dir. Und zieh sich einer ist ein Griecher an. Deine Sammer, gib mir eine Auffassung. Ich, Esmerot, wäre euch nicht zu enttäuschen. Wie die hier Schwester. Was willst du damit sagen, du amtslige Ich-Schwester? Werden wir jetzt? Du hier hat's nicht! Ich mach doch nicht drauf, das bringt doch nichts. Ich lass mich doch von der gar nicht zu Versagerheit abschlemmen, denn nur weil dieser lustige Bier uns ruhenfähig war. Ruhenfähig, Saphir, Samar? Ich allein war's unfähig. Schon gut, ich hör' dir bei dir. Saphir, Samar! Oh-ho-ho-ho! Ich muss mir unterscheiden! Man kann über die Leiter getätigen. Werdet ihr niemals, die Freuerschaft von meiner Länder zu entdecken? Er allein hat die Macht, die Fähigkeit, die Sterne, und der Mälder. Derzeit wird am Freien verschwenden, ebenso die Träume hervorragend. Lass mich gehen rein! Gut, jeder wird sein zu. Ich will ja zu! Nein, im Lepartus-Tal gibt es ein Mädchen mit der Waffe unter das Feuer. Ich will ja sehr gut gehen. Meinst du, das Mädchen, der wacht über den Sturm? Ich will das Mädchen. Wie lebt ihr mit zwei anderen? Und ich werde aus dem Wasser-Nächsten-Mannschaften. Das wäre ja gedacht. Und, wer will das, die Tischen? Das gibt immer nur mich. Liebst du mir die einfachste Aufgabe, nicht so außer vier? Nur gut, ich probiere uns wegen der Schwestern im Essen und im Kleidung. Ihr könnt euch nicht verlassen lassen. Ihr seid ja immer noch hier. Verschwindet! Nisa! Was ist los für dir? Ich erkenne dich kaum wieder! Was meinst du? Ich wollte nur meine Vision. Du schickst die Droidos, die ich erschaffen habe, ins 21. Jahrhundert. Aber es soll zum Kampf, nicht zum Kampf eingesetzt werden. Dann wurden wir alle exentiert. Sophia, erinnerst du dich, als wir noch Kinder waren? Da habe ich dir besprochen, mir immer schon genug zu zeigen. Ich bin nur auf der Erdhausseite, die er nicht zuhören, wie er uns ist. Du hast dich verändert von dem Weißen aus, auf der gute Auge gab. Aure? Ach ja, das ist Aure. Weißt Aure, der ist irgendwie so verachtete? Schon wieder die Königin? Ich werde meine Vision weitergefreunden. Und zwar so, wie ich es fürchte heute. So, bitte. Ich frag mich, was für eine Gute dieses Held wieder verbirgt? Der Alte ist ja noch aufgetaubt, an seiner kleinen Show-Aktion. Leider hat er ganz große Stücke auf den Mund. Hm, ist doch kein Wunder. Der Tief hat natürlich, dass der Medizin ja weiterhalt. Ich werde ihn demaskieren. Das spür ich. Fabian, such dich optimistisch. Wer hört? Was heißt, ich frage mich, du bist du? Wie bist du? Verstehungsstück. Einfaches geliefert. Ich habe mich. Du bist du? 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 Musik 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 Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Das war's für heute. Musik Applaus Ah! Was ist das, die Säge? Aber ordentlich! Let the down! Nein! Nein! Oh mein Gott, du bist noch zu allem zu blöd. Die Arme müssen parallel zum Boden verlaufen und einen rechten Winkel zum Körper bilden. So, la suja. Aber ich fände es so viel schöner als mehr, viel eleganter. La suja. Ach Marco, das ist völlig unglück, was du da tust. Du musst die Beine mal überkreuzen. So. Nein, sie macht es doch noch überkreuzen. So. Irgendwann geht es wieder, Tudia? Ja? Du machst das Ganze auch falsch. Och nein! Also zusammen. A, na, ta, ka. Ja. Na, 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 na. Und hattest du es verstanden? Yea. Ja. Ich kann's gleich nochmal. Kannst du es einmal sagen, was du da tust, stehst du vor. Hast du im Klecks weiter bist du richtig ganz? Nein, warum kannst du es nicht? Dir rate, dir rate. Komm schon, Sabine. Wenn du es schaffst, werden wir die neuen Stars. Siehst du, da oben rüchtert schon unser Stern. Nein, Moment, da. Du bist doch alles blöd. Oh, Ray, ich habe auch so gemein für mich zu sein. Ja, genau, schließlich geht es doch auch gar nicht darum, dass wir im Kreis liegen. Schließlich veranstalten wir dieses Festival, um für die neuen Feinde anzumachen. Das Siegwechsel zum strahlenden Silberkistan. Also Mensch, da hatte ich doch mal eine gute Idee. Wenn die neuen Feinde darauf nicht weitergehen, weiß ich auch nicht weiter. Hey, du schon wieder. Natürlich, ich wollte es eben, wie ich es nicht wissen. Ich wusste, du wirst mich nicht erzeugen. Dein Blut endlich schnell ist. Uh, yo, ich glaube, sind wir richtig. Das Musikfestival strahlt in unsere Brustrad. Wie nett. Ja, und wer wird getätzt? Na, wir sind die Konkurrenz. Ja, das ist ja alles schön und gut. Aber diese Veranstaltung wird privat. Ihr könnt hier nicht einfach auftauchen, eure Show abziehen. Wo ist Sandy-Chan? Stimmt doch, oder? Du musst sagen, wir waren noch immer ganz Bestimmtes. Osaki, das ist sie. Los, sag sie, Ray. Osaki! Sie schreit schon wieder. Das soll sie sein? Die legendäre Sellerin? Oh, ihr seid ihr. Das letzte Mal habe ich euch eine Showfrist gekriegen. Aber dieses Mal hole ich mir, was ich will. Ja, ja, das Silberkistar ist unser. Moment, Mann, das ist doch der komisch Hauskäse vom Park. Aber ich dachte, er wird tot. Nein, kein Gefallen. Der große, wie gesagt, wir haben mich wieder zusammengebaut. Und wir machen die Spiele. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Zucke, ich guckee mal. Winni Mars! 더�IT CC Se Ze Die Musik Das war! Das war! Das ist das Wiener! Das war's! Achtung! Sehna Sancti! Sehna Sancti! Das ist das Wiener! Der Kopfschmerzen Schiefer! Keine Maschel! Das ist das Wiener! Schrei! Das war's! Achtung! Sehna Sancti! Sehna Sancti! Bitte! Das ist das Wiener! Das ist das Wiener! Der Motor! Schrei! Schrei! Das ist das Wiener! Nein! Eine fehlt noch! Velocor & Beauty Shop! Achtung! Du sehst sich selber Wiener Sancti! Spray! Die Musik Die Musik und die Musik und die Musik. Ja. Send me now You were to Ah-ah-ah Ah-ah-ah Information 問題 she on earth und eröffnete Ah-ah-eh eh 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 Jessica occupe So, was es üblich mal 이�잖아요 Mein Klingelagel ist abgebrochen und er ist dann gepuschtig. Ich mach' nicht so alle! Schluss jetzt! Ihr bedroht nicht nur die Gegner, sondern auch nur um unsere Zukunft! Das werde ich nicht zulassen! Deine Gegner wird zitiert, der Jungen, und ich werde sie dir nicht checken! Nur killen! Nein! Wer hilft uns? Erste Leidenschaften! Hast du keine Chance? Also mag es nicht, uns anzupreisen! Und jetzt gib mir ordentlich den Silbertrissal! Oder deine Freundinnen lernen Leiden! Was? Aber Prinz Diamonds hat gesagt, er soll ins Silbertrissal! Und die Damen bremen! Marsflame! Voller ist nicht der Ausmensch! Los werben! Jetzt! Oh Gott! Meditation! Black! Black! Witches! Crystal! Was weiß ich nicht, was wir haben? Wo sind die anderen? Wo ist Tim Yusso? Tim Yusso? Tim Yusso? Tim Yusso? Tim Yusso? Wolf Cloud? Tim Yusso? Tim Yusso? Rettung! Die Blumen ist ein paar Tropfen und alle Blumen sind ein paar Gießen. Lass mich in den Mund. Blumen, das ist von der Leiden. Ein Echer sollte sich betrachten. Sehr schön. Die Blumen reagieren auf unsere Gefühle. Und ein Mensch hat auch nicht im Herzen die wunderschöne Blumen sein Parkblümchen. Hier sind auch viele wunderschöne Blumen. Und ich kann auch die Klauseln ja anzusehen. Das sind Patulken. Das sind sehr nass im Blumen. Und Ben? Oder? Das ist ein Wunderschöne. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man schön auf dem Buben gesehen ist. Hier schon. Eine Tatsache hat er von der Schöne gelesen werden. Wer darfst du auch? Sollte du rufen? Wirklich? Doch, nein. Er ist sicherlich nicht so groß wie dieser hier. Er ist so groß, dass du dein ganzes Meer ausrufst. Ein Meer von Buben habe ich noch nie gesehen. Ernst? Da zeig ich ihn dir. Dieser Schuss ist verfug. Er will dich reisen durch die Zeit. Du musst dich an mir festhalten. Dann können Sie sich bewegen. Welcher in der Zeit? Ich rufe dich. Öffne das Tor zu Raum und Zeit für mich. Kronus, Vater der Zeit. Gib uns sicheres Beleid. Gib uns sicher. Guck'n. Aaaaaaah. Ich halte mich noch. Ha, ha, ha. Der hab ich mal rausgegilt. Ja, was. Ich habe dafür gesorgt, dass das Kind und das Silberpistall ins 21. Jahrhundert zurückkehren. Gute Arbeit. Aber sie sind die Einzige. Aussehender und Silberpistall sind hier auf dem Weg. Wir sind zurück nach Prins. Und wir haben gute Nachrichten. Wirklich. Ja, das wäre ja was ganz anderes. Gut rausgegangen. Wir haben drei das Silberpistall in unserer... Wie heißt das Wort? Gewalt. Sehr gut. Dann abends verließ der Dunkelheit mit Ihnen. Dort sollen Sie langsam fahren. Prins, der Silberpistall ist begreifbar in mir. Ihr müsst ihn zerstören, um eure Macht zu sichern. Ich habe verstanden. Dann lasst uns der zukünftigen Königin ein. Würdig in den Fangbereiten. Applaus 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 Wo sind wir hier? Jeden vor zwischen der Dimensionen. Seht, dort ist ein Tor. Bis hierhin und nicht weiter. Black Puchess Crystal! Das funktioniert nicht. Es ist der schwarze Kristall, der uns das Reisen durch die Zeit ermöglicht. Und erstes Abend, der in Silberpistall abläuft. Seelen, jetzt bist du fertig. Let's scream! Applaus 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 Halt doch noch mal! Ich bin jetzt leider in der Kamera, warum so gerne? Applaus 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 Sie gehen damit an, zusammen das Tick! Ja, du, ich gehe dir Sailor-Senschen! Willkommen an einem Zandeskreis! Jetzt eine Party ohne mich! Wer bist du? Er sei der Abführer! Das ist der Preis des Kindes der Nebeses, dem Schwarzen Mond! Ich bin dein Gott! Was hast du mit meiner Freundin gemacht, du Monster? Diese Augen! Dieser Blick! Damals, die Kinder sind eben so unerwittlich! Komm zu ihr! Mein Körper! Ich kann dich nicht dagegen werden! Ich bin dein Gott. Warte, ich bin dein Gott! Ich bin dein Gott! Ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott. Ich habe ihn verloren. Warum hat er mich nicht losgelassen? Was soll ich jetzt nur tun? Probe, bis ich helfen. Auf der ersten Zeit, ich werde es nicht losgelassen. Mein Kleiner, mein Kleiner. Wer bist du? Keine Angst. Ich bin dein Freund. Dein einziger Freund. Sie haben dich alle allein gelassen. Du bist ihm gleich glücklich von mir. Aber ich will dir selbst nicht beisern zu sein. Komm, nimm meine Hand. Alle haben für euch geschlagabgesetzt und nicht geerzählt, dass du nie zu sein wirst, meine Mutter. Deine Eltern haben mich verstosen. Ihre Kinderinnen haben die Freundschaft voll bereichert. Stürzen die Wände komplett. Bestrafler werden die mich hafen. Hören meine Worte. Jeder wurde allein gewonnen. Und jeder stirbt allein. Wer stirbt allein. Von dem Universum hier, was zieht. Die hiddenregen Rudolph kann mir醜isch kommen und f igniert wird. Mit irgendetwegen tonfessen werden. Vielen Dank. 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 die Vergangenheit der Erde ändern und ihre Geschichte neu zu schneiden und eine neue Zukunft und eine Herrschaft des Schwarzen Mondes zu erschaffen. Dafür muss der Sittmann-Kristall verschwinden. Die erste Angst, die es mit der Macht des Schwarzen-Kristalls tut. Dieses Vorhaben ist kompletter Wahnsinn! Halt es auch. Als ich die Erde zum ersten Mal angriff, stellte sich die Reine Freude im Weg. Aber sie verachtete mich. Sie sah mich an, als wäre ich Amoreszeit. Ihre Augen wiesen mich ab. Diese Augen. Du sollst nur die Erinnerung. Schön ist zu ihr anherrschen. Schön ist aller Sterne. Geokrine, zerrängt. Nein! Pass mich nicht an. Oh, Herr Sittmann! Häng ab! Dummes Ding! Hier aufnimmt es das Absorbid der Schwarzen-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall-Kristall. Du wirst hier nicht lange überleben, genauso wie ich meine Freundin. Meine Freundin, was habt ihr mit ihnen gemacht? Antwortet! Sie sind tot, verrattet, gemutterlich ließen, der dunkle Hand. Du liebst sie leben! Ich werde sie finden! Wie törig, weiß sie denn nicht, welche Gefahren wir auf Selon? Ja, unter anderem du! Mein Bruder wird sie auch wie ein liebes Kanker nach! Diese verfluchte Weichbett! Ich kannte sie! Seht ihr die Funden in ihren Augen? Das mit Falten, meine Liebe! Oh, bist du arbeitest, ich hab die Professorin? Du tust mir ja so leid! Reiz mich nicht! Schluss der Zeichen! Seht euch das an! Das ist der schwarze Kostal! Hier bündelt sich die Energien gebraucht, um durch die Zeit zu reisen! Aber seit kurzem sind die Nifus instabil, was in einer weiteren Kraft wäre! Und du sprichst von meiner Kraft? Nun, darf ich euch mit dir Häschen bekannt machen? Häschen! Meinst du etwa? Ich bin Black Lady, die Prinzessin der Rotary Hand! Kronprinzessin des 30. Jahrhunderts? Schickes Kleid! Wie kann das sein, Schwestern? Ich erkenne nichts mehr von der kleinen Lüge und die ganze Jahrhunderts! Was hat das zu bedeuten, Boisemen? Der Alltag wird ein neues Leben und neue Kräfte geschenkt! Kräfte, die ich euch zu teilen lassen möchte! Dieser Ohrring wurde aus einem Stück des schwarzen Kristalls gefertigt! Wir verstärken damit die Kraft! Und das Dreifache! Warum probierst du ihn nicht mehr da? Du bist ein Geschöpft von Boisemen! Bist du vertraut während dem Selbstbord? Vanity, Aqua Tiki, wir gehen! Dem einzigen, dem ich Loyalität geschworen habe, ist Prinz Diamond! Und dabei bleibt es auch! Wie du willst, ich werde dich auch schon noch überzeugen! Halt! Ihr bleibt! Ihr bleibt! Ich habe eine Aufgabe für euch! Die ihr hoffentlich besser in der Welt benimmt, als bei vergangenes Ich zu sagen! So gesammelt warst! Du hast aus der Tochter der Mondkönigin eine von uns gemacht! Deine Macht ist weit größer als du uns glauben lässt! Gib mir von dir, Sanna! Sofort! Aber sicher doch, meine Liebe! Ich habe entdeckend immer einen schwarzen Kristall für dich! Es wird deine natürliche Schöne untermalen, sodass du Königin nicht in den Linken vertreten wirst! Und das finde ich ganz viel herzlichen Dank, Sanna! Hier! Leg es an! Was ist das? Was passiert mit mir? Du bist ein Ding! Die macht die schwarze Mustache! Das liegt nur dein gesamten Körper! Und macht dich mehr für dich! Und macht dich mehr für dich! Musik 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 Applaus Applaus Dies ist das Zentrum des Talpalaftes. Aber alles ist verstirbt. Sieh doch, dort wird die Köln. Sie ruht geschwächt vom Kampf. Wer seid ihr? Wir sind die Geister der Inner-Senschi, die im Kampf gegen Nervis und den Schwarzen Tastal gefallen sind. Wie aus dem Licht erschien der schwarze Beläst auf der Erde und verstirbte alles, die Künstler der Zeit. Von Steinfeld, von 10. Berlin, die Zeit, wo man an der Erde sich liebt und seinen Plan bedingelt wurde zu unterwerfen. Der König und wir stellten uns mit den Masonen in all unserer Macht. Bis schließlich Neokrin Feriniti mit dem heiligen Silberkristall erschien und den Angriff abkehrt. Doch trotz der unendlichen Macht des Silberkristalls gelang dem Fein ein entscheidender Angriff, der die Königin beinahe ihr Leben gekostet hätte. Esklammert sich, um diesen Kristall zu schießen. Hören Sie soviel, um sich im Tod zu bewahren? Seitdem hat sie die Augen nicht mehr geöffnet, wer hätte je gedacht, dass der Silberkristall unterliegen könnte. So, der Silberkristall unterlag. Haben Sie das im Plan gemacht? Wer seid ihr Werkkristall? Die Königin rieb uns, weil der Silberkristall gestohlen soll. Enttattet euch! Die Gehör zur Familie des Schwanken Mondes! Felsicher! 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 Ausschleuner will ich hier zu drehen Sitzbären. Sieben das Parkplatz, wenn ihr nicht gegen Verlassen. Teil sich in eure Königin! Ach ja? Pardon sich. Felsicher! Thank Yous beim Significat sind die Zuhörer der Zuhörer Hüttes Die Zuhörer sind die Zuhörer der Zuhörer Das Zuhörer ist die Zuhörer Pui about the moon 消えるから 燃えるから 星は輝くの 地獄の風と 燃えるから 消えるから 愛は輝くの Hush, Hush Hush, Hush pelu-tu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-në-n-n-a-n-nama-nu-u-u-i-u-u-w-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u ! Jeannu月はいなみして? Hush, Me Ash, Setter Hatsch mit Hatsch mit Hatsch Hatsch mit Hatsch mit Hatsch 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 mit Hatsch Hatsch mit Hatsch Hatsch mit Hatsch Hatsch mit Hatsch 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 mit Hatsch 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 mit Hatsch 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 Hatsch